Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Sendezeit von Flimmern und Rauschen. Heute berichten wir über den VSK Osterholz-Scharmbeck, einen Verein, der 3000 Mitglieder zählt, in dem 150 Übungsleiter tätig sind und der auf eine 160-jährige Vereinsgeschichte zurückblickt. Vor 14 Tagen präsentierte der VSK der Öffentlichkeit die neue Geschäftsstelle im Klosterholz und wir waren natürlich dabei. Sie können Ausschnitte der Knacksiade sehen, das Sport körperlich und geistig fit hält. Dafür steht der Bericht mit Jutta Menke und Lydia Kehler. Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Sass freut sich, dass der VSK natürlich bezüglich der Räume den Sprung vom Mittelalter in die Moderne geschafft hat und Jan Mackenberg verrät in einer Aufzeichnung, dass er doch noch unerfüllte Wünsche hat. Zu Gast sind heute die VSK-Geschäftsführerin Ilka Kaum und die Übungsleiterin Britta Tietjen. Zur Einstimmung sehen wir jetzt die Begrüßungsrede des ersten Vorsitzenden Jan Mackenberg. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher, sonst sieht das alles so. Der ampelt nicht, dass er Angst hat vor mir. Wunderlich. Kommen Sie ruhig ein paar Schritte näher. Kommen Sie ruhig ein paar Schritte näher. Liebe VSK-Mitglieder, liebe Gäste, der VSK-Russolz-Scharmeck ist ein Verein mit einer 160 Jahre alten Tradition. Ein Verein mit rund 3000 sportbegeisterten und sportfördernden Mitgliedern, ein Verein mit mehr als 1000 Kindern und Jugendlichen in seinen Reihen, ein Verein mit 16 verschiedenen Sparten und mit über 160 Sportangeboten pro Woche, davon mehr als die Hälfte für Kinder und Jugendliche. Ein Verein mit ca. 150 Übungsleitern, die den täglichen Sportbetrieb gewährleisten. Ein Verein sowohl mit Breiten- als auch Spitzensportlern. Ein Verein mit Weltmeistern, Europameistern, Landesmeistern und Bezirks- und Kreismeistern in seinen Reihen. Mit dieser Einstimmung habe ich Sie und Euch bereits auf unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung im Frühjahr begrüßt. Aber mir ist es wichtig, diese Fakten zu nennen, denn sie geben unserem VSK ein unverwechselbares Profil, ja machen unseren Verein einzigartig in dieser Stadt und dieser Region. Ein Verein unserer Größe und dieser eben beschriebenen Ausprägung braucht eine angemessene Geschäftsstelle, an der die Vielzahl unserer Mitglieder und ehrenamtlicher Helfer eine Anlaufstelle finden. Und an welchem Ort passt diese Geschäftsstelle besser als in die Nähe einer Sportstätte? Wenn Sie jetzt links rausgucken, sehen Sie Fußballspieler. Auf der rechten Seite ist alles fürs Kinderspiel- und Sportfest vorbereitet. Und genau in der Mitte befinden wir uns mit unserer neuen Geschäftsstelle. Heute ist nun der Tag, an dem wir der Öffentlichkeit unsere neue Geschäftsstelle präsentieren. Und das haben wir darüber hinaus auch noch, Herrn Arthur Belinsky. Herr Arthur Belinsky kennt, glaube ich, die Geschichte dieses Stadions als, ja, ich sag mal so ungefähr von Kindesbeinen an. Er kennt den Bau, der hier vorher gebaut worden ist, er kennt die Planung und er kennt auch dann das, was jetzt hier neu entstanden ist, bei der Eröffnung bzw. bei der Schlüsselübergabe wurde ein Stein signiert, der von den Förderern der Grundsteinlegung des vorherigen Gebäudes einmal unterzeichnet worden ist. Und den hat auch Herr Belinsky beigesteuert. Und Herr Möller vom HAM-Report hat im Rahmen seiner Recherchen im Vorfeld mit Herrn Belinsky auch zusammengesessen. Und dabei ist auf den Tag, genau heute vor 80 Jahren, hat Herr Belinsky seine ersten sportlichen Erfolge gefeiert. Also ist das schon ein ganz bedeutender Aspekt, wenn man sagen kann, wir haben heute jemanden in unserer Mitte, der auch zusätzlich noch Mitglied unseres Vsk ist, der heute vor 80 Jahren, ich weiß gar nicht, ob es an dieser Stelle war, aber auf jeden Fall in Oswald-Scharmbeck, erste sportliche Auszeichnungen erhalten hat. Ich denke, das ist ein ganz besonderer Applaus auch wert. Lange hat es gedauert, bis die Voraussetzungen geschaffen waren, um den ersten Spatenstich für dieses Gebäude zu vollführen. Man kann fast sagen, dass sich Mitglieder und Verantwortliche unseres Vereins zusammen mit den Verantwortlichen der Stadt jahrzehntelang mit einer Renovierung oder einem Neubau dieses Stadions beschäftigt haben. Hier können wir sagen, dass sich diese lange Zeit gelohnt hat, wenn wir uns heute dieses Gebäude und diese Geschäftsstelle anschauen. Vor über einem Jahr fand mit dem Feuerwerk zum Erntefest die letzte Veranstaltung hier im alten Stadion und um das alte Stadiongebäude statt. Wenige Tage später begannen die Abrissarbeiten des alten Stadiongebäudes und bereits am 20. Oktober des letzten Jahres fand hier die Grundsteinlegung für dieses neue Stadiongebäude statt, in dem nun unsere Geschäftsstelle integriert ist. Im Februar feierten wir im kleinen Rahmen das Richtfest und auch die Schlüsselübergabe fand im engsten Kreis statt. Heute nun wollen wir unsere Geschäftsstelle der Öffentlichkeit und unseren Mitgliedern vorstellen. Bekoppelt an das Kinderspiel- und Sportfest, die Knacksjade und die Eröffnung der Gastronomie bzw. die erste Einblicknahme in die Gastronomie, können sich heute alle Mitglieder und Gäste einen Eindruck verschaffen von der Investition, die die Stadt und auch der VSK in dieser Etage hier vorgenommen hat. Ende Juni haben wir die neue Geschäftsstelle bezogen und uns inzwischen eingewöhnt. Damit schlägt unser Verein ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf. Wir sind nun Eigentümer unseres eigenen Zuhauses. Unsere neue Geschäftsstelle bietet neben den notwendigen Büroräumen für unsere Geschäftsführerin Ilka Kaum – da hinten steht sie – und unseren beiden Geschäftsstellenmitarbeiterinnen Claudia Wetzel und Angela Bartsch einen Besprechungsraum für Vorstands- und Spatenleitersitzungen oder weitere sportliche Zusammenkünfte. Unser neuer Mehrzweckraum, hier wo sie alle drin stehen, mit ca. 70 Quadratmetern, bietet allen Übungsgruppen und weiteren Interessierten die Möglichkeit für sportliche Zusammenkünfte. In den Wochen seit dem Bezug der Geschäftsstelle haben diesen Raum bereits viele Gruppen genutzt. Die Resonanz auf dem Raum ist durchweg positiv. Ich denke, das können Sie auch bestätigen, wenn Sie hier drin stehen. In einer E-Mail der ersten Gruppe heißt es, ob Gleichgewichtsübungen von Pilates, Rückenstrecker, Brustkorböffnungs- oder Haltungsübungen, sitzend, laufend oder auch spielerisch geübt, erwies sich die neue Umgebung als hervorragend geeignet und wurde von allen Teilnehmerinnen begeistert angenommen. Die abschließende Ruhephase in der angenehmen neuen Umgebung sorgte bei allen dafür, dass sich eine entspannte, erholsame Stimmung einstellte. Auch der Umkleideraum sowie die Sanitäranlagen kann man als durchaus gelungen bezeichnen. Ich denke, das fasst alles zusammen, was dieser neue Raum und auch die Geschäftsstelle hier bietet. Mit unserer Entscheidung für diese neue Geschäftsstelle und die Erweiterung um den Mehrzweckraum haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Hier finden alle Sparten, alle Mitglieder und alle Interessierten den zentralen Anlaufpunkt für alle Belange unseres Vereins. An vielen Stellen wird sich im Laufe der Zeit noch das ein oder andere ändern. Ein weiterer Punkt wird die Installation eines Treppenlüftes sein, damit auch gehbehinderte Menschen den Weg in unsere Geschäftsstelle finden. So in diesem Zweck haben wir bereits vor einiger Zeit eine sehr großzügige Spende der Kreispargasse Osterholz erhalten, die wir dafür nutzen wollen. Dafür auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Handel. Zum Abschluss meiner Worte möchte ich den Mitarbeiterinnen unserer Geschäftsstelle in unseren neuen Räumen ein angenehmes Arbeiten wünschen, den Sportlerinnen und Sportlern viel Spaß im Mehrzweckraum und allen Mitgliedern und Gästen unserer VSK-Geschäftsstelle alles Gute. Um 15 Uhr beginnt dann das Kinderspiel- und Sportfest. Also so gesehen haben wir jetzt ungefähr anderthalb Stunden, um die Geschäftsstelle, die Räumlichkeiten und auch das leibliche Wohl zu nutzen. Ich freue mich auf diesen Nachmittag mit Ihnen gemeinsam und vor allen Dingen dann auch nachher mit dem Kinderspiel- und Sportfest. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf einen schönen Tag. Vielen Dank. Sie haben alle noch ein Glas Sekt, es sei denn, Sie haben das alle ausgetrunken schon. Ich denke, wir können einmal auf den VSK, auf das neue Stadiongebäude und das wirklich schöne Umfeld hier anschauen. Zum Boden. Nun sind alle eingetroffen, die ich vorhin genannt habe, aber vorhin noch nicht da waren. Julia Kehler ist gekommen als Ehrenmitglied. Entschuldigung. Das sollte kein Vorwurf sein. Entschuldigung. Ich bin einوت und durch- 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 und Musik Ja, seit Anfang des Jahres hat der VSK eine neue Geschäftsführerin und das ist Ilka Kaum. Guten Abend. Hallo Kaum. Wollen wir auch gleich sagen, dass wir uns duzen, weil wir uns kennen, ne? Genau, richtig. Ilka, ich hoffe, du hattest viel positiven Stress in der letzten Zeit. Bist du jetzt mental angekommen in den neuen Geschäftsräumen oder wie geht es dir? Es geht mir gut. Ich denke, ich bin mental angekommen. Ich bin, ja, sportlich da angekommen, wo wir hingehören. Und es gibt nach wie vor noch viel zu organisieren. Es kommen immer noch wieder Briefe an die Bahnhofstraße 60. Da muss dann hinterher telefoniert werden. Ändert bitte unsere Anschrift. Weil diese Nachsendeanträge ja auch nicht so ewig gehen und man die Post dann aber ja auch weiterhin bekommen möchte. Den Umzug der Geschäftsstelle, wie muss man sich denn vorstellen? Kommt da ein Unternehmen vorgefahren oder? Nee. Also da kommt ganz bestimmt kein Unternehmen vorgefahren. Da sind, ja, die Vorstandsmitglieder, gute Freunde vom Vorstand, die auch sonst ehrenamtlich tätig sind, haben gesagt, wir haben am letzten Juni Wochenende Zeit. Wir fassen mit an. Die Autos wurden auch privat beziehungsweise über Firmen organisiert, sodass wir sie am Wochenende nutzen konnten. Und ja, dann haben wir vorweg schon einiges gepackt, logischerweise. Kartons, Ordner, das sind alles so Sachen, die wir natürlich vorab einpacken konnten. Aber die Schreibtische und so weiter, die ist was, wo man eben dran arbeitet, das haben wir auch noch nicht neu bekommen. Da mussten also erst mal die alten Möbel mit. Aber ich meine, sie sind in Ordnung. Sie sind nicht wirklich alt. Stimmt, ich habe es gesehen. Aber man wünscht sich schon was Repräsentatives auch. Das ist richtig. Ja, der letzte Karton gerade ausgepackt, dann schon die Planung der großen Präsentation der Geschäftsstelle. Ist Sport da auch ein Ventil oder wie verkraftet man das? Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Ventil. Es ist bei mir in letzter Zeit etwas weniger geworden. Aber ich versuche zumindest immer einmal die Woche in meine Aerobikstunde zu gehen. Und ja, dann gebe ich selber auch noch Übungsstunden. Das ist auch wiederum ein Ventil. Da weiß ich auch, für wen ich das mache. Und man wird gut aufgenommen. Und ja, doch auf jeden Fall ist Sport für mich ein Ventil. Und eine Geschäftsführerin, was hat die zu tun? Eine Geschäftsführerin hat erstmal da zu sein, für alle ein offenes Ohr zu haben, alle Wünsche, auch Klagen zu hören. Dann, ja, ein gutes Ergebnis für alle Mitglieder, das Richtige zu finden. Und gut, dann wiederum auch zur Stadt, zum Landkreis bin ich auch die Verbindungsperson zum Kreissportbund. Dann auch weiter auf Landesebene. Der Schriftverkehr läuft auch über meinen Schreibtisch. Und sämtliche Fachverbände, wobei es dann auch wiederum in die Abteilung geht. Aber der Landessportbund Niedersachsen ist auf jeden Fall auch für mich eine wichtige Adresse. Ja. Und zur Eröffnung selber. Mich hat so ein bisschen verunsichert, erst sollte es der 8. August sein. Und dann kam fundweise immer irgendwie was. Wie war das für dich? Ja. Also für uns war, oder für mich war es auch, jede Woche ein anderer Termin, jede Woche. Wir haben natürlich eine so wunderbare Arbeitsgruppe gehabt zur Geschäftsstelleneinweihung, zur Stadioneröffnung. Die hat auch rechtzeitig sich zusammengesetzt und Pläne geschmiedet. Und ja, es kam dann immer wieder was dazwischen. Dann hatte Werder Bremen doch nicht für uns Zeit. Da kam das EFP-Pokalspiel zwischen, was nicht verschoben werden konnte. Was natürlich eine wunderbare Eröffnung des ganzen Stadions gewesen wäre. Nicht nur für uns. Wobei unsere ersten Herren dann gespielt hätten. Aber ganz Osterhaltscharmig ist mit Sicherheit dann auf den Beinen. Dann hätten wir gerne unsere Räume präsentiert. Dann haben wir wieder gesagt, nur die Räume zu präsentieren. Ohne Beiprogramm ist auch nicht das Wahre. Dann würden auch kaum welche kommen. Und gut, der Termin des Kinderspiel- und Sportfests, der stand eben schon lange fest. So ist es dann irgendwann entstanden, dass wir gesagt haben, gut, wir haben parallel was für die Kinder. Die Kinder sind unten gut versorgt. Die Eltern, die Großeltern können dann mal eben hochkommen und sagen, wir gucken uns die neuen Räume an. Und ja. Du bist nicht nur Geschäftsführerin, du bist auch Übungsleiterin. Was kann man machen bei dir? Ja, bei mir kann man Funktionsgymnastik machen. Ich habe zwei Gruppen laufen, mittwochs abends in der Findler-Falle. Eine etwas ältere, um die 60. Die andere, zweite Gruppe, ist noch überwiegend berufstätig. Machen wir ruhige Geschichten, aber durchaus für die Muskulatur, für die Körperhaltung wichtige Sachen. Und ich bin auch noch im Kinderturnbereich tätig, wobei wir da eine Gruppe haben, die Kids in Action heißt. Das heißt, ja, der Name sagt es im Prinzip. Es ist also kein formgebundenes Geräteturn oder ähnliches, sondern die Kinder sollen Spaß haben, die sollen laufen, können spielen, können tanzen. Ich stimme das Programm eigentlich viel mit den Kindern ab, sag, frag, was sie möchten. Ja, und ich denke, wir haben da noch alle unseren Spaß. Bei Kids in Action fällt mir auch gleich wieder Jan Mackenberg in Action ein. Es hat sich viel verändert in der neuen Geschäftsstelle, neue Duschräume, gibt es neue Umkleidekabinen und man ist auch zufrieden. Aber es gibt immer noch ein paar Wünsche und welche. Das erzählt Herr Mackenberg uns jetzt. Herr Mackenberg, der VSK präsentiert heute der Öffentlichkeit die neuen Räume. Sie haben eine wunderschöne Rede gehalten, aber emotional. Was bedeutet das Ihnen? Wie ist Ihre Stimmung? Dann bin ich nicht der emotionalste Typ. Das muss man einfach sagen an der Stelle. Deswegen ist es schon so, dass für diesen Verein wirklich nach Jahrzehnten der Diskussion und der Konzeption für die neue Geschäftsstelle wirklich ein richtig neues Kapitel aufgeschlagen wird. Mit einer Geschäftsstelle, die nicht unumstritten war, aber wo wir wirklich sagen können, wir haben einen Meilenstein geschafft. Und ich bin auch froh, dass dieses Kapitel und die ganzen Diskussionen und die Entscheidungen getroffen sind, dass wir jetzt hier in den neuen Räumlichkeiten angekommen sind und hier wirklich diesen Verein auch weiterentwickeln können, was vorher in den beengten Räumlichkeiten gar nicht der Fall und gar nicht möglich gewesen ist. Ja, und dann reden Sie von den eigenen vier Wänden. Das scheint ja eine ganz große Bedeutung zu haben. Was bedeutet das? Also wenn man einen Verein hat mit 160-jähriger Tradition, der immer irgendwo als Mieter gewesen ist oder nur als Nutzer von Räumlichkeiten, dann ist es, wenn man das auch im Vergleich zu anderen Vereinen sieht, ein großer Schritt, Eigentümer zu werden und finanziellen Aufwand zu betreiben, um wirklich das Geld der Mitglieder irgendwo einzusetzen, um das eigene Reich sich zu schaffen, wo man selbstbestimmt und irgendwann auch finanziell unabhängig, wenn es denn bezahlt ist, agieren kann. Denn es ist ja auch eine Wertschaffung für den Verein und damit auch ein zukunftsweisender Schritt für den Verein. Wird sich finanziell für die Mitglieder etwas verändern? Wird die Gebühr angehoben? Es muss ja alles bezahlt werden. Es muss bezahlt werden. Dazu haben wir aber bereits im Jahr 2008 einen Beschluss gefasst in der Jahreshauptversammlung, dass pro Mitglied und Monat ein Euro zu zahlen sind für die Dauer der Finanzierung der Geschäftsstelle. Über einen Zeitraum von 20 Jahren ist die Finanzierung geplant auf aktuellem Stand, der auch schon seit Anfang dieses Jahres erhoben wird. Und dieser Beschluss ist auch mit breiter Zustimmung der Mitglieder getroffen worden. Wir sind mit unseren Mitgliedsbeiträgen immer noch unter Landes- und auch Bundesdurchschnitt. So gesehen sind wir sehr gut aufgestellt, was unsere Mitgliedsbeiträge angeht. Vor allen Dingen bei dem breit gefächerten Angebot, was der Verein bietet, mit den vielen Sportmöglichkeiten, die möglich sind. Das ist ein Beitrag, der zwischen 10 und 20 Euro liegt, sehr moderat an der Stelle im Monat. Wenn Sie das mit einem normalen Fitnessstudio vergleichen, haben Sie deutlich niedrigere Beiträge bei einem viel breiteren Sportangebot, als es ein Fitnessstudio oder Sportstudio bieten kann. Ja, der Mehrzweckraum, der spielt bei Ihnen auch eine große Rolle. Es ist für Sie ein Schmankerl, konnte man lesen. Sie können ja nicht die ganzen Angebote über diesen einen Raum laufen lassen. Das verstehe ich nicht so ganz. Heißt das dann eigentlich, dass Sie Ihr Angebot erweitern können? Wir können es zum einen erweitern. Wir können aber auch bestehende Sportveranstaltungen aus Räumlichkeiten, die nicht unbedingt passend sind für das Sportangebot, hierhin verlagern. Was zeitlich für uns eine bessere Ausnutzung der Ressourcen ermöglicht. In heutigen Zeiten werden die Hallenzeiten, die uns eben durch Stadt und Landkreis zur Verfügung gestellt werden, in den Sporthallen zunehmend eingeschränkt. Dadurch, dass es immer mehr Ganztagsschulen gibt und dergleichen. Und dementsprechend brauchen wir einfach Ausweichquartiere, wo wir Sportangebote jetzt hierhin in den Mehrzweckraum verlagern können. Zum einen, zum anderen, aber eben auch das Sportangebot erweitern können mit Tanzveranstaltungen oder aber auch Sportveranstaltungen und dergleichen, die wir eben hier im Mehrzweckraum machen können. Wo wir sagen können, in Kleingruppen ist hier eine Erweiterung des Sportangebotes in diesem Mehrzweckraum auch möglich. Eine Frage habe ich noch. Und zwar hier oben in den Räumen in der Geschäftsstelle, da sind Sie der einzige Nutznießer. Draußen die Anlage, die muss geteilt werden mit anderen Vereinen. Ist das ein Problem oder ist das okay für Sie? Das ist ohne weiteres okay. Wir haben ein gesundes und gutes Miteinander mit der Stadt. Denn die Stadt als Eigentümer der Sportplätze drumherum ist schon bedacht, dass hier ein gewisser Ausgleich zwischen den Sportvereinen stattfindet. Dadurch, dass wir aber mit unseren 3000 Mitgliedern der größte Verein sind, haben wir natürlich auch entsprechend, ich sag mal, große Nutzungsrechte für die Sportmöglichkeiten. Aber es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwo Einschränkungen hinnehmen müssen. Ich denke, es ist ein gesundes Miteinander auch mit den anderen Sportvereinen, was hier stattfinden kann. Und es ist auch eine Bereicherung dann für uns an der Stelle. Gibt es noch Wünsche für die Zukunft? Wünsche für die Zukunft sind vor allen Dingen eine Erweiterung des Vereins, was das Sportangebot angeht, durch den neuen Mehrzweckraum. Was die Geschäftsstelle anbetrifft, ist es vor allen Dingen der Austausch des Mobiliars, wo wir auf Sponsoren angewiesen sind. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir da ab und an nochmal einen Gönner finden, der uns vielleicht dann einen neuen Besprechungsraum ermöglicht oder aber auch zusätzliche Stellfläche für Akten ermöglicht. Denn das ist aktuell noch ein bisschen eingeschränkt. Da fehlten jetzt im ersten Schritt die finanziellen Mittel für. Vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Ihnen auch vielen Dank. Ja, der Mehrzweckraum in der neuen Geschäftsstelle, der ist wirklich wunderbar. Man merkt das, wenn man drüber geht. Man hat die Straßenschuhe an, eigentlich viel zu schade. Wofür eignet der sich ganz besonders, Ilka? Ja, also ich denke, unsere Ringer-Sparte ist auf jeden Fall erst mal aus der normalen Turnhalle schon in den Bewegungsraum umgezogen. Die brauchen in erster Linie eben ihren Mattenbereich. Wenn sie tatsächlich jetzt noch laufen wollen, steht das Stadion jederzeit zur Verfügung. Also ich sage mal, das ist eine Sparte, die nicht unbedingt eine große Turnhalle braucht. Ansonsten, ja, unser Wunsch ist, eigentlich viele neue Gruppen noch in den Bewegungsraum zu bekommen, die, ich sage mal, die stationäre Gymnastik machen. Sei es nun Pilates, Qigong, alles so diese ganzen neueren gymnastischen Geschichten, die jetzt auf den Markt kommen, beziehungsweise auch schon länger da sind, konnten wir bisher nie ins Angebot aufnehmen, weil uns teilweise die Übungsleiter fehlten. Aber das große Problem war, und ja, ist es jetzt zum Glück nicht mehr, ist die Hallenzeit. Also wir müssen uns natürlich mit allen städtischen Vereinen die Hallenzeiten der Schulen teilen. Es ist immer zweimal im Jahr, wird ein Hallenplan erstellt. Da muss meine Kollegin unser ganzes Programm einreichen. Und dann wird das mit den anderen Vereinen abgestimmt. Und ja, zum Winter hin, wenn die Leichtathleten wieder in die Hallen gehen, wenn teilweise die Fußballer wieder in die Hallen kommen, dann wird es schwierig. Und dann kann man nicht mal eben sagen, wir haben eine tolle Übungsleiterin, die Pilates macht. Wohin? Also das ist wirklich ein Problem bisher gewesen. Und da muss ich sagen, sind wir wirklich ganz, ganz froh darüber, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben zu sagen, wir können es auch zu allen Zeiten anbieten, was eben vorher auch nicht war. Da mussten wir warten, bis die Schüler logischerweise aus ihren Schulenturnhallen verschwunden waren. Und im Zuge der ganzen Ganztagsschule, wir haben in Scharmik jetzt zurzeit ja nur eine Grundschule, aber das Angebot wird immer größer und meiner Meinung nach auch wichtig. Aber da werden die Tornhallenkapazitäten natürlich noch mehr beschnitten. Und wenn ihr diesen Mehrzweckraum nach außen hin vermietet, wie ist denn gewährleistet, dass das auch geschulte Übungsleiter sind? Also wir haben neu im Programm, sage ich jetzt mal, was wir anbieten können. Das ist eine Hebamme, die macht es aber nicht für den VSK, sondern sie macht es in den Räumen des VSK, Vorsorge-Nachsorge-Geschichten. Gut, unser Gedanke ist natürlich, wenn die Mütter merken, es ist gut in den Räumen des VSK, dann ist vielleicht auch der Gedanke, da gehe ich dann auch später zum Elternkind von hin. Also für die Übungsleiter oder für die Menschen, die was anbieten in unseren Räumen, die nicht über unsere Übungsleiterdatei laufen, können wir natürlich nicht wirklich die Hand ins Feuer legen. Aber wir führen Gespräche vorab und ja, ich sage mal, der gesunde Menschenverstand sagt einem dann eigentlich schon, das ist ein Mensch, der... Ja, ich würde keinen Kurs anbieten. Doch, es kommt drauf an was, ich denke, auch bei dir kann man Spaß haben. Ja, Ilka, ich möchte hier nochmal zitieren. Es war in der Presse zu lesen, es ist toll, dass wir jetzt genau an dem Ort arbeiten, an dem auch unsere Mitglieder ihren Sport betreiben. Ihr habt 3000 Mitglieder, die sind ja nicht alle im Stadion, oder? Nein, es sind nicht alle im Stadion, ganz bestimmt nicht. Es sind nach wie vor auch viele in den Turnhallen, aber in unserer alten Geschäftsstelle, da waren wir wirklich, ja, in der Bahnhofstraße, rechts und links waren Geschäfte, beziehungsweise auf jeden Fall keine Sportler in unmittelbarer Umgebung. Im Stadion sind zumindest unsere Leichtathleten, unsere Fußballer sind da, wir haben eine Walking-Gruppe, die sich regelmäßig trifft, Nordic Walking wird angeboten. Gut, und dann eben die Gruppen, die im Bewegungsraum sind jetzt. Also man ist schon auf jeden Fall da, wo man so ein bisschen auch hingehört, sage ich mal. Ja, und du bist jetzt ja ein bisschen dichter dran als Jan Mackenberg vielleicht, zumindest an den Mitgliedern, an deinen Mitgliedern. Wie sieht das aus? Kannst du das bestätigen, dass die Mitglieder sagen, okay, wir haben keinen Stress da mit der Außenanlage oder hat man da doch Angst, weil jetzt alles so wunderbar neu ist, dass die Vereine doch, die anderen Vereine, diesen Platz mehr nutzen wollen? Nein, ich denke nicht. Also wir müssen nach wie vor, genauso wie wir es für die Turnhalle machen, das Stadion beantragen. Das müssen alle anderen städtischen Vereine auch. Und ja, da ist, wer zuerst kommt, mal zuerst, wenn ein anderer Verein den Antrag ergestellt hat, dann muss auch der große Vsk zurückstecken. Also, aber das können wir auch. So ist das. Und das ist auch in Ordnung so. Also da muss nicht nur der Vsk immer an erster Stelle stehen. Schnell müssen wir sein. Ja, richtig. Ja, und dass das von der Stadt geregelt wird, der Verteilerschlüssel wird von der Stadt geregelt, das bestätigt auch der stellvertretende Bürgermeister Klaus Sass. Ja, Herr Sass, Sie sprachen gerade vom Mittelalter und Moderne. Wenn man dann sieht, dass die Anlage noch keine Flutlichtanlage hat und dass die Überdachung fehlt, dann sind wir ja noch so ganz nicht angekommen in der Moderne. Das ist so nicht ganz richtig. Wenn Sie sich hier diese städtische Anlage anschauen, dann sehen Sie, dass wir zwei Sportplätze haben. Und der eine Sportplätze ist ausgestattet mit einer Flutlichtanlage. Also es ist gegeben, dass man auch abends zu späten Zeiten spielen kann. Die Sache mit der Überdachung, da haben Sie natürlich recht, die fehlt noch. Aber auch da laufen Planungen, dass wir also in absehbarer Zeit auch da noch ein bisschen nacharbeiten werden. Aber es ist schon vorgesehen, dass auch auf dem neuen Fußballplatz eine Flutlichtanlage irgendwann installiert wird, oder? Ja, wir haben schon Vorkehrungen getroffen, elektrischer Art. Also Leitungen sind mitgelegt worden und irgendwann wird auch dort einmal eine Flutlichtanlage kommen. Das heißt, wenn wieder Geld da ist? Ja, wir müssen natürlich sehen, dass die Finanzen einigermaßen stimmen. Es kostet viel Geld, sowas zu errichten. Aber die Planungen laufen und wir werden es gerne irgendwann umsetzen wollen. Der VSK ist ja jetzt nur Nutznießer in den eigenen Räumen, das ist ganz klar. Aber ich frage noch mal nach, wie sieht es draußen aus mit der sportlichen Anlage? Der VSK ist Nutznießer dieser oben Räumlichkeiten, haben Sie recht. Aber draußen die Anlage steht allen städtischen Vereinen zur Verfügung. Wer also Lust und Laune hat, hier irgendwas zu machen, kann gerne mit uns drüber sprechen. Wenn wir es terminlich einräumen können, kann jeder diese Anlage also nutzen. Das heißt, mit Ihnen sprechen, regeln Sie den Verteilerschlüssel dann für die Vereine? Ja, regeln wir es bei uns im Hause, das städtische Sportamt. Wir müssen gucken, wie die Belegung ist. Und wenn irgendwo Freiräume da sind, kann also jeder gerne diese Freiräume nutzen und seine Veranstaltung hier durchführen. Der Spielplan muss es hergeben, wir müssen einfach schauen. Der eine oder andere Verein ist ja sicherlich traurig, dass der VSK sich heute hier so toll präsentieren kann. Aber der VSK ist ja der größte Sportverein im Landkreis und auch die Herrenmannschaft, die spielen in der Niedersachsen-Oberliga. Es ist doch eigentlich angemessen, so ein neues Zuhause gefunden zu haben. Ja, der VSK wird der Hauptnutznießer dieser Anlage sein. Alle 14 Tage wird er seine Heimspiele ausrichten. Aber an den anderen Wochenenden können Mannschaften wie Schamig-Studel, erste Damenmannschaft, die hier auch ziemlich hoch spielt, hier gerne spielen, wenn es denn gewünscht ist. Und auch andere Mannschaften wie FCO Solchamig oder sonstige städtische Vereine können gerne, wenn es der Spielplan hergibt, hier auch ihre Spiele mal austragen. Vielen Dank, Herr Sass. Sehr gerne. Ja, Ilka, 3000 Mitglieder. Wie viele Mitglieder sind denn aktiv davon? Was schätzt du? Also zwei Drittel mit Sicherheit, wenn nicht noch mehr. Also ich habe nicht genau nachgeguckt, das gebe ich zu. Aber ich denke, der größte Teil unserer Mitglieder ist tatsächlich auch sporttreibend und nicht nur sportunterstützend. Wobei uns die natürlich auch wichtig sind. Wichtig und auch lieb sind. Gar keine Frage. Herr Mackenberg wünscht sich ja einen Zuwachs. Kann der Verein das verkraften? Im Großen und Ganzen ja. In allen Sparten vielleicht nicht. Was dann vielleicht auch zu einem Problem führt, dass uns nicht genügend Übungsleiter vorhat, dass uns nicht genügend Übungsleiter da sind. Wir haben eine große Fußballsparte, ein großer, starker Jugendbereich. Da muss dann in jeder Jugendmannschaft ein Trainer, ein Betreuer da sein. Die Menschen muss man erstmal ansprechen und die müssen auch bereit sein, ihre Freizeit zu opfern. In Gymnastikgruppen ist es überhaupt kein Problem, sage ich mal, wenn es die Halle hergibt, dass da fünf neue Frauen kommen. Aber doch, ich denke schon. Wir nehmen auf jeden Fall gerne jedes neue Mitglied auf und ich glaube, wir kriegen es auch gut unter. Das freut euch auch um so neue Übungsleiter. Über neue Übungsleiter freuen wir uns auch, genau. Wie viele Kurse laufen eigentlich wöchentlich? Carla, das ist eine Zahl. Die wächst. Die wächst, ja, die wächst. Das ist gut. 50? Würde ich auf jeden Fall sagen. Doch. Das ist ja eine Menge. Das ist ja eine Maschinerie. Ja, also es ist, wie gesagt, jedes Quartal die Übungsleiterabrechnung zu machen, da habe ich 170 Zettel in der Hand, plus, minus. Da weiß ich dann, wo die Gruppen sind und ich denke, auf die Zahl kommt man auf jeden Fall, ja. Und was ist gerade so aktuell? Was ist gefragt? Es gibt da ja auch immer so Modeerscheinungen. Ja, ich denke, im Erwachsenenbereich ist einfach das Gesundbleiben und das Gesund Erhalten wichtig. Nicht mehr so unbedingt. Das ist leistungsorientierte Sport. Bei den Jugendlichen, bei den Kindern, auf jeden Fall. Die freuen sich, wenn sie die Spiele gewinnen und wenn sie dann eine Klasse höher spielen. Und nicht nur die Kreisklasse ist, sondern im Fußball dann vielleicht auch schon die Kreisliga. Unsere A-Jugend spielen ja noch höher. Gut. Aber man merkt immer so ein bisschen, wenn die Fußball-WM war, dann hat man in dem Bereich eine kleine Steigerung der Mitgliederzahlen. Die Leichtathletik-WM, da waren auch wieder einige Kids, die da gesagt haben, boah, das ist toll, das möchte ich ausprobieren. Ja, das sind dann so die Rückläufe, die man dann von den Übungsleitern hat. Und gut. Und wenn dann neue Kurse im Angebot sind, wie Pilates oder so, sind dann deine Mitglieder flexibel und nutzen diese Kurse? Oder gibt es auch nur Neuanmeldungen dadurch? Nee, ich denke nur Neuanmeldungen nicht. Aber das muss ja auch nicht sein. Es ist ja durchaus in Ordnung. Unser Beitrag ist ja so, oder unser Verein ist ja so ausgelegt, dass man eben mit seinem Monatsbeitrag so viele Sportgruppen besuchen kann, wie man möchte. Das ist auch selten. Ist selten, ja. Und ohne irgendwelche Zusatzbeiträge für vielleicht kostenintensivere Sparten. Also das wird schon durch die Gemeinschaft getragen. Und von daher gibt es mit Sicherheit das eine alte Mitglied, was sagt, oh, ich probiere auch nochmal Pilates aus und gehe trotzdem weiter zu meiner Frauengymnastikgruppe oder Wassergymnastik oder wo auch immer hin. Ja, es gibt auch Vereine, da ist der Mitgliedsbeitrag geringer als bei euch. Aber da bezahlt man dann bis zur Trainerlizenz C. Das sagt mir eigentlich überhaupt gar nichts. Kann man alles nutzen und darüber muss man dann für jeden Kurs, den man besucht, drei Euro bezahlen. Das macht ihr also gar nicht. Nein, das machen wir nicht. Absolut, überhaupt in gar keiner Sparte. Nein. Ja. Und wie ist das, wenn eine Sportart ziemlich gut läuft und der Kurs ist ausgebucht? Bietet ihr dann Ausweichmöglichkeiten an? Ja, wir versuchen es natürlich. Es geht, da kommen wir wieder zu dem Hallenproblem. Man muss natürlich dann wieder sehen, wie kriegen wir... Bringt es die Halle? Bringt es die Halle her? Ist jetzt eine Halle frei, wo man vielleicht tatsächlich noch eine zusätzliche Aerobikstunde atmeten kann? Das ist das kleinere Problem. Es gibt aber natürlich auch Sportarten, ich sag mal, unsere Ringer, die machen das auf den Ringermatten. Das nützt uns nichts, wenn wir da jetzt, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil sie im Bewegungsraum sind, aber früher war es halt so, dass die nicht in eine andere Halle gehen können. Die Rhönradtourner sind auch hallengebunden. Also es gibt einige Sportarten, die man nicht eben in jeder Halle dann machen kann, weil die Geräte eben doch stationär runtergebracht sind. Gibt es irgendein Alter oder irgendein Gebrechen, wo du sagst, kein Sport mehr ausüben? Nee. Ich denke, jeder so, wie er es für sich persönlich als gut empfindet, das sage ich meinen Frauen in der Gymnastikgruppe auch immer, jeder macht so viel, wie er selber sagt, es ist okay für mich. Und wenn ich noch topfit bin und ich möchte Triathlon machen, dann... Ist das so? Dann ist das so und dann ist das auch gut so. Dann finde ich das auch klasse. Und wenn ich nur einmal in der Woche in eine Gymnastikstunde gehe, dann ist das genauso gut. Wichtig ist, dass man sich bewegt, ne? Richtig. Und das sagt auch Jutta Menke. Sie ist diejenige, die eigentlich dafür steht, dass Sport eben körperlich und geistig fit hält. Aber das erzählt sie Ihnen jetzt selber. Frau Menke, was verbindet Sie mit dem VSK? Mit dem VSK, mit meinem VSK verbindet mich ganz viel. Ich bin eigentlich als Spätling eingetreten, weil Ostholz-Schamberg ja meine zweite Heimat ist, wie ich schon gesagt habe. Und beruflich und durch die Familie bin ich erst so, ich schätze mal, ich weiß es gar nicht mal genau, 1962 oder 1963 eingetreten. Und dann aber gleich voll Power. Damals war Inge Küster Frauenwartin. Da gab es noch so etwas wie Frauenwartin, ne? Heute ist man ja ganz dagegen. Bei der Gleichberechtigung spielt das ja keine Rolle mehr. Dann wurde ich ziemlich schnell die Frauenwartin im Verein und habe mich um alles gekümmert, was so war. Und eines Tages hat man mich gefragt, ob ich nicht Geschäftsführerin die Position übernehmen wollte. Das ist ganz ehrenamtlich gewesen, wie jetzt ja auch halb ehrenamtlich, heute ja nicht mehr. LKSS. Ehrenamtliche Position und dann war ich fast zehn Jahre Geschäftsführerin im Verein. Mädchen für alles, Abfalleimer für alles. Und das war eine herrliche Zeit. Wir hatten einen sehr interessanten, intensiv arbeitenden Vorsitzenden, Götz Wenker. Und in der Zeit haben wir so viel gemacht. Wir haben die Gruppe der geistig und körperlich Behinderten gegründet. Wir haben die Basketballabteilung gegründet. Und was mir persönlich sehr am Herzen lag, ich war auch sehr maßgeblich beteiligt, als wir die Corona-Gruppe des Vereins gegründet haben mit Mieke Gerbing vor vielen Jahren. Und wenn ich heute denke, heute bin ich 83 und in dieser Corona-Gruppe, die ich einmal mit ins Leben rufen durfte. Das ist für Herzkranke? Das ist für Herzkranke, Bewegung und Gymnastik. Und ich habe gerade unten erzählt, ich habe ja auch nicht wegen meiner Herzsache, sondern ich habe ja auch eine künstliche Hüfte, wie man so sagt, rechts. Und da habe ich nie mehr so gelaufen. Und in der letzten Sportstunde war einfach Dauerlauf angesagt. Und ich weiß nicht, wie ich nach Hause kam, da ist mir das richtig bewusst geworden. Meine Güte, du hast ja auch einen Dauerlauf mitgemacht. Also ich will damit sagen, dass man in einer Gruppe bei schöner Musik und bei Gleichkranken oder Gesunden, dass man da noch zu unheimlichen Leistungen angesprochen wird. Dass man das gar nicht merkt und mit einmal feststellt, das kann ich ja auch noch. Und das ist gut und das sind viele schöne Dinge. Also jetzt sind Sie noch sportlich aktiv und früher auch vereinsmäßig. Fehlt Ihnen das, die Vereinstätigkeit? Also die Vereinstätigkeit nacheinander. Das Sportliche fehlt mir schon. Ich war eigentlich immer eine gute Leichtathletin und habe immer Sport getrieben. Und mit dem Verein bin ich natürlich sehr verbunden, weil der mir alles das geboten hat. Und ob es mir fehlt als Verein, nicht so sehr. Ich habe mich ja umgestellt. Ich habe ja auch mal, das war eigentlich das Allerschönste, dass man das nicht vergessen hat, die Stadt auch nicht. Ich habe mal das Ferienprogramm der Stadt mitgegründet, weil ich als Geschäftsführerin gesagt habe, wir machen mal ein Programm für Daheimgebliebene, für die Kinder, den Eltern, wo es den Eltern nicht so gut geht, dass sie in die Ferien fahren und so. Das war schön. Also da denken bestimmt viele, so wie ich, das sei ein Projekt der Jugendarbeit, des Jugendhauses Bumpelberg. Das ist also gar nicht so. Nein, aber wir haben immer eng zusammengearbeitet und letztlich kommt es nicht darauf an, wer es ins Leben gerufen hat, aber in den Stadtchroniken steht, dass der VSK das war und ich als Geschäftsführerin. Da bin ich eigentlich immer ein bisschen froh. Und das war Jugendarbeit, ja. Und dann bin ich so da drin geblieben und habe dann auch die Seniorensportgruppe des Vereins gegründet später. Also wenn man so etwas macht und dem Verein verbunden ist, dann kann man von Jugend an bis ins hohe Alter hinein etwas tun und fühlt sich in einem Verein wie dem VSK gut aufgehoben. Ja. Würden Sie sagen, es gibt ein Alter oder eine Krankheit, wo man besser keinen Sport mehr macht? Nein, aber da bin ich ja Laie, wenn nun ein Mediziner da ist und sagt, also absolut nicht mehr. Also Ihnen tut der Sport doch gut. Mir tut der Sport und die Bewegung gut. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? Na, ich war 83 und freue mich auch, dass ich bald 84 werde und ich möchte auch noch ein bisschen älter werden. Und das mit dem VSK. Ja, auch mit dem VSK. Viel Erfolg dabei. Dankeschön auch. Ja, wir haben unsere Runde jetzt erweitert um die Übungsleiterin Britta Tietjen. Guten Abend. Hallo. Wir kennen uns, auch wir wollen uns duzen. Hallo Britta. Hallo. Übungsleiterin, wie währt man das? Also bei mir war es so, dass ich von Ilka angesprochen wurde, als ich Teenager war und da wächst man rein. Das läuft über Anfragen, man macht einen Sport gerne und man verbindet sich noch mehr, macht die Ausbildung dann zur Übungsleiterin. Und die Ausbildung kostet ja auch was, wer bezahlt das? Das läuft in der Regel so, dass der Verein die Kosten übernimmt. Dafür verpflichtet man sich eine bestimmte Zeit, den Sport dann für andere oder mit anderen zu gestalten für den Verein. Und wenn man einmal diese Ausbildung, diese Zertifikate erworben hat, muss man sich dann immer wieder qualifizieren oder? Ja. Die Sportarten entwickeln sich weiter, die Herangehensweise, die Sportwissenschaft arbeitet weiter und da muss man am Ball bleiben und das macht man auch gerne. Und da entstehen auch Kosten, das übernimmt dann auch der Verein? Irgendwann ist man auch verwachsen, oder? Auf jeden Fall. Anders geht es nicht. Welche Kurse leitest du? Das sind ganz verschiedene Kurse. Ich biete einmal Kurse an für Menschen mit Herzsportkrankheiten, mit Herzkrankheiten, die dann Sport machen können, um wieder fit zu werden, um sich ihre Gesundheit zu erhalten. Und ich biete auch mit anderen Übungsleitern zusammen das Rhön-Ratoren an im VSK. Ja. Interessieren mich beide Sachen. Zur ersten Sache habe ich eine Frage. Es gibt viele, die einen Herzschrittmacher haben und dann sagen, ich kann nicht mehr. Oder der Arzt sagt, mach nicht so viel. Das ist doch eigentlich gar nicht richtig, oder? Das ist für die Gesundheit auf jeden Fall immer besser, etwas zu tun. Jeder kann etwas machen, ganz nach seinen Vorerkrankungen oder nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Befindlichkeiten. Und darum geht es eigentlich. Also die sanfte Art ist das. Das ist ja schön. Und Rhön-Rat. Für mich hört sich das an, wir haben ja hier ein Stehen. Erstmal finde ich es sehr gefährlich. Ich würde mich überhaupt nicht trauen. Und dann ist das eher eine Randsportart oder wie muss man das sehen? Also es gibt im ganzen Bundesgebiet, ich sag mal so flächendeckend Vereine. Es ist natürlich nicht so populär wie Handball oder Fußball. Aber es gibt eine große Menge an Leuten, die das als Sport ausübt. In Usterholt Schaumbäck, im Landkreis Usterholt gibt es alleine zwei Vereine, die das anbieten. Das ist einmal in Wallhöfen so und in Usterholt Schaumbäck beim VSK. Und man stellt sich, ich werde das mal holen, falls ich hier jemals rauskomme. Das haben meine Kollegen natürlich schön festgeklebt. Man stellt sich hier, erklärst du das bitte mal, Britta? Wie die beiden Vögel, unsere Maskottchen für die jüngsten Türner. Das machen so kann man turnen. Man kann also sich auf diese Sprossen setzen. Man fängt aber erstmal an, dass man sich mit den Füßen auf diese beiden Bretter stellt, dass man fixiert wird. Dann hat man hier die Griffe, an denen man sich erstmal festhalten kann. Und das sind so die ersten Versuche, die man macht. Das wären, glaube ich, auch meine letzten. Ach nein. Und dann dreht man sich. Ja genau, mit dem Rad. Später kommt dann dazu, dass man... Darf ich unterbrechen? Ja, natürlich. Wie bringe ich denn das Rad wieder zum Stillstand? Das passiert alles über den Körper, dass man ausgleichend Bewegungen macht, dass man das Rad mit dem Körper in Schwung bringt. Das beruhigt mich. Warum Rhönrad? Es ist faszinierend. Als es angeboten wurde vom VSK über Ilka, die da auch den Start gemacht hat, das dem VSK ermöglicht hat, da Rhönräder anzuschaffen, bin ich einfach neugierig gewesen, habe mich verabredet mit noch Freundinnen und bin einfach dort aufgetaucht. Und gibt es da auch so bestimmte Figuren, die man turnen kann? Wie beim Turnen sonst auch üblich, gibt es Küren und Pflichten, die man auf Wettkämpfen turnen kann, nach verschiedenen Altersgruppen, nach verschiedenen Leistungsklassen. Wettkämpfe, ich habe noch nie was in der Zeitung gelesen. Wann findet da denn mal ein Wettkampf statt? In Osterholz-Scharmenbeck ungefähr ein bis zwei Mal pro Jahr. Ansonsten sind wir sehr viel unterwegs. Wir sind fast jedes Wochenende mit den Turnern unterwegs zu anderen Vereinen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich natürlich noch die Frage, warum machst du das? Was gibt dir das? Für mich ist Übungsleiterin sein oder auch Sport überhaupt machen ein guter Ausgleich zur Arbeit. Es ist für mich wichtig. Man ist viel mit Menschen zusammen. Wir arbeiten viel mit älteren Menschen oder ich jetzt speziell zusammen. Ich habe aber auch auf der anderen Seite Kinder und Jugendliche, Erwachsene jeden Alters im Grunde genommen. Für mich lohnt sich das einfach. Es kommt sehr viel wieder zurück. Und von Ilka. Ilka kenne ich nun ganz lange. Ilka ist eine Powerfrau, die kriegt das alles hin, auch mit Kindern und Geschäftsführerin noch und Übungsleiterin. Wie sieht das bei dir aus? Also ich selber arbeite Vollzeit und auch über meine Zeit in einer Einrichtung mit Kindern in Bremerhaven, die, sage ich mal, ein bisschen Schwierigkeiten haben in ihrem allgemeinen oder normalen Leben. Also insofern arbeite ich sowieso viel mit Kindern, mache nebenbei noch eine weitere Ausbildung. Das klappt alles. Noch klappt das alles wunderbar. Ilka, zum Abschluss wollen wir gleich noch die Knaxiade zeigen. Eigentlich war die Knaxiade trotz Regen doch ein Erfolg, oder? Ja, natürlich hätten wir uns Sonnenschein gewünscht. Ganz klar. Das Wochenende vorher war schönes Wetter. Die zweiten Wochenenden danach war es wunderschön. Nur an dem Samstagnachmittag, pünktlich zur Rede von Jan, kam der erste Regen vom Himmel. Also wir hätten uns mehr Kinder gewünscht. Es waren so auch 100 Kinder da. Wir haben sonst das Zwei- bis Dreifache. Die Kinder haben auch ihren Spaß gehabt. Ich denke, die Kinder sehen das auch gar nicht so. Die haben ihre Regenhose, ihre Buddelhose an und rollen bzw. springen trotzdem auf dem Rasen rum. Die Erwachsenen mögen es natürlich nicht ganz so gern. Und gut, wenn man zwei Stunden im Regenschirm steht, macht mich wirklich Spaß. Mein Kollege erzählt mir gerade, unsere Lydia Kehler fehlt noch. Das ist ja auch noch eine tolle Übungsleiterin. Und die gute Frau, die wird auch, glaube ich, dieses Jahr 84. Aber hören Sie mal hin. Ja, Frau Kehler, Sie sind auch eines der ältesten Mitglieder im VSK. Darf ich gleich vorab mal wissen, wie alt Sie sind? Ja, ich bin ebenso wie Jutta Menke im 84. Lebensjahr. Und seit wann sind Sie im VSK? Mit drei Jahren bin ich eingetreten. Habe bei meinen Eltern gebettelt, ich möchte doch hinüber mit in den Schulhof und mit den anderen Kindern turnen. Damals war Übungsleiterin Auguste Lienthal, die noch nicht so jung die Kinder aufnahm, aber sie hat es dann erlaubt, wir können es ja mal versuchen. Und somit bin ich mit drei Jahren da gewesen. Und in dieser Finderfalle, die gibt es ja heute noch, turne ich jetzt schon über 80 Jahre. Das ist ja Ihr zweites Zuhause, oder? Ja, ich turne heute noch in der Finderfalle in mehreren Gruppen. Was zum Beispiel? Ja, Gymnastik, allgemein Gymnastik, Aerobik, Ausdauertraining und alles, was zur Funktionsgymnastik gehört. Würden Sie sagen, das hält fit? Auf jeden Fall hält das fit. Fahren Sie noch Fahrrad? Ja, auch noch. Ich fahre auch noch Auto, muss morgen wieder nach Oldenburg bei meiner Tochter einhüten. Da fahren Sie auch noch hin. Da fahre ich auch noch hin und dann habe ich da eine ganze Woche Dienst, mache ich auch noch. Und ich bin hier im Verein auch noch aktiv. Ich habe mehrere Gruppen gehabt und das Turnhallenprogramm habe ich vor zwei Jahren aufgegeben. Ich hatte die Altersturnerin, die inzwischen jetzt zwischen 85 und 90 sind. Meine älteste Turnerin waren damals auch so 94 und 95, kamen noch in die Halle, sind sogar hier mit ins Stadion gekommen. Wenn ich jetzt an die 100-Jährige denke, die heute 100 ist, Ländchen Seemann, die kamen mit 93 noch in die Walking-Gruppe. kamen geschlagen bei geschlagene 30 Grad Hitze, kamen die hierher und wollten mitlaufen. Ich sage, das ist doch wohl ganz unverantwortlich, was du da machst. Ich bin noch ganz fit, ich mache das mit. Ich bin vorsichtig. Ich kann ja auch im Schatten laufen, nicht ganz rum. Und ansonsten, wenn man in dieser Hälfte läuft, auch so wie die letzten Wochen, dann ist es ganz schön warm, wenn man flott geht. Ja, das stimmt. Wenn Sie mit drei Jahren schon dabei waren und dann heute die Neueröffnung miterleben, was ist das für ein Gefühl für Sie? Ja, damals gab es ja überhaupt keine Räumlichkeiten, wo man sich jemals treffen konnte. Und als nach dem Krieg alles wieder zusammengeschlossen wurde und der Name VSK jetzt gebildet wurde, da fingen die ja an mit ganz provisorischen Räumen, wo man vielleicht in zwei Räumen die ganze Buchführung und des Publikumsverkehr bewältigen musste. Und dann wurde es ja, alle paar Jahre wurde es besser, immer ein bisschen größer, immer ein bisschen größer und immer war es wieder zu klein. Und wir haben ja jetzt über 3000 Mitglieder und da ist denen ganz schön zu tun. Wir müssen drei Angestellte Platz haben oder vier sogar. Und jetzt freuen wir uns, dass wir jetzt endlich ein Vereinsheim haben, was umliegende Dörfer ja schon lange haben. Die sind immer schneller dabei, natürlich viel mit Eigenarbeit, was hier, naja, die finanziellen Mittel waren denn immer nie vorhanden. Seit zehn Jahren warten wir wohl drauf, dass das hier mal stattfindet. Und vor allen Dingen vernünftige Umkleideräume, Duschräume und Toiletten, das war ein großes Manko. Und dann konnte man das ja schön verbinden. Genau, aber warten alleine nützt nichts. Das Geld muss da sein, nicht? Und die Leute, die es vorantreiben und dann auch das bewerkstelligen können, das muss ja auch gewährleistet sein. Genau. Aber können Sie das so verstehen alles? Ist das für Sie schon so angekommen, dass die hier eingezogen sind in den Räumen? Oder ist das noch so ein bisschen... So, ich bin ja bald jede Woche hier. Also Sie helfen immer noch mit. Ja, ich bin hier beim Nordic Walking und dann komme ich immer hoch, nein, wenn was zu erledigen ist und so weiter. Somit kannte ich einige Räume schon, wenn eben schnell was besprochen werden musste. Haben Sie noch einen Wunsch für die Zukunft? Ja, dass man vielleicht das noch ein paar Jährchen weitermachen kann. Aber ich glaube, bald sind mir Grenzen gesetzt, dass ich das wohl nicht mehr kann. Ich möchte schon. Ich möchte auch zehn Jahre jünger sein, dass man das noch bewältigen kann. Ich mache zurzeit noch Wassergymnastik im Allwetterbad und da machen wir ziemlich viel Power, eine ganze Stunde Power mit Handgeräten auch. Und dann hier Nordic Walking, die beiden Gruppen habe ich noch. Also ich muss auch sagen, Sie sehen spitzenmäßig aus, figürlich und Sie machen einen total fitten Eindruck auch. Und wer weiß, wie das wäre, wenn Sie keinen Sport gemacht hätten. Also alles Gute für Ihre sportliche Zukunft. Danke, danke. Ja, und jetzt werden wir uns verabschieden. Sie können uns wiedersehen am Montag, den 19. Oktober um 20.15 Uhr. Und jetzt kommt endlich die Knacksiade. Ich weiß nicht, was heute mit mir los war. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich habe einen Tee geschrieben, ne? Für Daniel. Ah, ok. Alles klar. Das ist einmal für dich. Wie heißt du denn? Nee, ja. Ja, ja, das schPor. Moin wird dein Land Columbus 1946. Wo aber gar nicht. Wo, nein. Wo ist das? Wo ist wirklich? Ja, diese können wir anwenden. Okay. Drei Nachname. Herr, der kann ich ja. Das zieht dich nicht. Was ist dieserantics? Was hat jemand? Niemand muss das nach der Reihe machen. Arno, weggehen, weggehen, hier wird geschmissen. Hinter die Linie. Okay, so ist gut. Wir sind auf 20. Ey, geil! Aber jetzt kommt Luca. Arno, gehst du mit? Geh mal alle Flaschen. Es ist aber hart, es ist mit Wasser drin. Wir gehen alle umzuschmeißen. Pass mal auf, vielleicht kopfst du noch eine um. Ich glaube nicht. Sehr gut. Zwei. Fast. Ach, schade. Und? Vier. Drei. Sehr gut. Sehr gut. Zwei. Drei. Schade. Und? So, jetzt. Wannst du das? Ähm, gut. Ich möchte jetzt dazu die Bälle. Und wir haben auch die Bälle. Wann? Ich bin da langsam. 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 Ich bin da. Du hast da. Ja. Du hast da? Ja. Du hast da? Ja. Du hast da? Ja. 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 Ja, super. Mach mich mal bereit. Ja. 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 Und das ist ja wirklich groß. Ja. Das muss man die Wobel dazu rausnehmen. Oh, das richtig! Alle, das mit dem. Oh Dennis! Gut! Super! Und jetzt eine ist sie, auf die Ehrerinreise. Wie geht das ja an? Muss einer alle? Hast du gut gemacht, ich will. Ja, guck mal. Die Amtzahl, die man gewürfelt hat, muss man auch noch nicht. Da kann man die Greifen. So, einmal hochheben. Richtig frei. Kannst du den festhalten? Halt ihn noch fest. Super, klasse. Jetzt musst du zwei Kugeln da rüber transportieren. Und greifen wieder mal. So mit dem C festhalten. Nicht kugeln, greifen. Genau. Stell dich sonst weiter hier rüber, dann hast du nicht so einen weiten Weg. Komm mal hier weiter rüber. Und wieder zurück. Hast gehört, Franjo? Und die Hütchen und zurück wieder. Hier wieder herkommen. Und jetzt auf die Plätze fertig los, okay? Nein, nein, nein. Dann gleich, okay. Auf die Plätze, fertig, los. Alles. Alles. Ganz vorne. Halt den Klima. Hi, local. Zieh, zieh. Weiter. Weiter ist genauso gut. Zieh, zieh. Das macht ja nichts. Wie geht's an die beide? Eine Minute und zwei Sekunden. Super Zeit hier. Zieh durch jetzt. Zieh, zieh, zieh. Zieh. Super Zeit. Klasse. Sehr gut. Der ist einfach. Sieben ist auch gut, ne? Und la va. Oh, 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 oh. Durch das Fenster, weißt du. Oh, du legst dich immer nur ab. Zwei Stück noch. Jawoll. Jetzt kommt der Nächste. Mama! Ja, hier, ja. Ihr passt durch Fenster. Ja, gut. Damit ist keiner durchgegangen, ne? Durch Fenster. Nein, kann das nicht. Gute mal Neues. Ja, das ist ja zuvähig. Ja, das ist ja zuvähig. Das ist ja zuvähig. Nein, das ist ja zuvähig. Ja, das ist ja. Oh, hier ne los ist echt. Tables ist immer partir. Vielen Dank.